wir verlegen rohr ja es ist hat er einfach bringen müssen hat einfach sein müssen und für info für euch mir schieben wir wieder mit dem discord streamer anders kommen wir nicht zurecht ja jetzt hat jeder mal ein verteiler sich geholt ich hole mir mal ein b teil ich weiß nicht was mir noch alles gut kannst du alle teile holen die nur da sind ich habe so jetzt mal gucken wo ich dir hinschicken kann das blaue auf das kreuz wäre gut oder doch kreuz wäre super ja nee das geht wir müssen erst aufteilen und so deswegen das wird noch spannend den verteiler die könntest du da oben hin machen den kunst du da unten machen was heißt aufteilen so warte mal ich kann wenn ihr das was kann ich da machen c könnte ich dir darüber schicken ja du brauchst ja auch du musst das aufteilen okay warte mal ich brauchst das wo kommt sind jetzt da an da das heißt kann schluss mir mit ihnen einig dass das bringt ja nichts du musst gelb aufteilen ich muss blau aufteilen du musst gelb aufteilen okay okay mach mal ich hatte einen durchblick oh mein gott jetzt hast du da unten das bringt mir nix da kannst du gerade wieder weg machen oder macht man macht ja mal fertig das bringt mir gar nichts denn ich bräuchte wo blau jetzt hinkommt ist zwar super aber das bringt mir nix warte warte blau kann schon mehr blau ins kreuz nee das ist auch durfte doch wohl probieren mal ins kreuz mit c falsche c ja ja das macht keinen stress nicht der macht einen unglaublichen stress ja jetzt haben wir es da genau das ist schon mal schön hallo habe ich die falsche erst macht er in deinem verbinder darauf genau und dann habe ich da komme ich aber von warte warte das da habe ich hier habe blau habe ja ja das bringt das ist kurz so klappt das nicht da komme ich mir an mein blau das kann ich so nicht platzieren durch das ist daraus kommen das könnte man warte mal wenn ich das dort auf war wissen da betal ja wissen wir betal jetzt sind hier nein was waren ja jetzt schickst den kreis ja den würde ich da jetzt nicht ganz klar ich glaube gesplitter sofort hinsetzen nicht so gut könnte ich auch machen kommt sonst woraus oder aber den konzern blau hier weg warte mal kurz kreis und dings oh das wäre perfekt kann schon mit einem b teil mir das den kreis auf das fünfeck haben wir nur noch mal ausprobieren ja fünf rechts 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 das fünfeck das ich weiß was er fünf weg jetzt ist das trapez ja ich wollte gerade sagen ich weiß was er fünfeck ist aber ich weiß nicht was er fünfeck ist okay jetzt habe ich oh hä wieso kommt der bei mir beim viereck jetzt raus hä weil du den gesplittet hast aber weil du da oben schon was hingemacht hast okay machen wir den den c wieder weg jetzt habe ich wo kommt es bei jahren durch zwei blaue jetzt oder ja aber es kann es die einen das kreuz ist reich stopp nimm doch mal das kleinste teil und tue jetzt das kreuz ich habe kein kleinstes teil wie ich hab kein b mehr haben wir noch viel nein habe ich noch sie gibt es nur schützt wir haben jeder nur ein b ja jetzt macht er zeug dann mal wieder weg bitte das muss quasi so mehr oder weniger und jetzt habe ich jetzt zweimal dings und den orangen auf die raute oder eine traute auf das trapez wir können das machen muss euch dann mit blau hin bitte wenn ich jetzt hier 10 nimm kann ich das da auf das ding schicken und und auch das viereck viereck wäre auch gut hier super war dann hier ich hab mir dann selber eingesperrt das geht sowieso nicht es geht sowieso nicht ja direkt also direkt aufsplitten gehe ich immer noch davon aus das geht nicht ja vielleicht wenn ich es mit blau macht könnte muss man machen dann musst du aber dein spitter weg nehmen dann eh ja es weg wenn ich mein blau direkt aufteiler hast du es da mhm ja es ist schön dann kann ich das da machen okay das könnte ich jetzt direkt mit meinem blauen verbinden und mein blau wer aktiv gut aber du brauchst das blau auch noch ja und ich habe es geht so nicht genau ich sage dass es viel zu früh muss weiterhin dann wieder alles weg macht tito aber trotzdem das blau mit b war gar nicht schlecht das heißt ich könnte jetzt hierhin schicken kannst du du mir blau aufsplitter sind ich dir dings das geht natürlich jetzt können stunden splitter nutzen und das warte mal wo ist in der splitter das war das e teil wohin damit ja wo ist da und da nö andere position nimmst du mal ab nimmst noch mal ab schickt das mal auf viereck und trapez ich weiß so genau jetzt könnte ich es direkt verbinden schon mal er schickt man das zum ziel kann ich nicht jetzt aber das b ja nicht mehr zum kreuz wäre super es geht ja ich kann den ausgang jetzt sitzen das ist sowieso blödsinn ich komme da nie wieder zu orangen ihr habt da zwei ausgänge aber nur ein ding das geht ja 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 da kannst du dann ist das schon mal dann ist das vorbei in denen auch noch mal weg und nehmen wir noch mal aber ich glaube das c teil bei mir das passt schon so jetzt kannst du so ein trapez und kreis schicken das trapez und kreis trapez und kreis mit e das bringt glaube ich nichts das hat ne dann hast du wieder kein geld bei dir das können wir nicht machen und zum fünfeck und kreis das würde noch gehen kannst du orange auf das trapez schicken ne nur ans fünfeck fünfe bringt mir gar nichts ja ich sehe es ist hinten am a der heiler beim fünfe könnte ich ne das da hinschicken ne aber du kannst mir ans fünfeck schicke das orange orange aus fünf keine option machen wir den verteiler weg und mache orange ans fünfeck ja genau so und jetzt könnte ich hier dann muss ich hier aber aber nicht ob das war schon wieder blöd weg ist nochmals sich mal verteilt wir müssen auch verteilen jetzt habe ich gelb verteilt das heißt du darfst nicht mehr verteilen das problem ist du kommst nicht mehr am blauen ausgang so wie es aktuell ist vergiss es war dann schwer erledigt bei mir stimmt doch schon das heißt aber ja ich bräuchte orange noch mal zurück oder geht blau nicht also mit verteiler ist doof aber im halbkreis war nicht schlecht bräuchte ich aber ein kurzes stück was mal wo man kaum noch welche haben das ist natürlich doof aber gar nichts mehr doch ein c teil habe ich ja noch das ich holen könnte c kriege ich nirgends hin außer ans viereck was aber nichts bringt ich brauche blau auf alle fälle entweder an dem an dem kreuz oder am trapez alles andere kannst vergessen dann machen wir mal blauen gucken dass man das aufs kreuz oder auf dem trapez das könnte man hinkriegen machen wir heute kreuz wäre gut er macht erstmal orange weg ja gut muss man blau zurückschicken und zwar an ans fünfeck moment möchtest du dir irgendwo verbinden aber das will ich nicht da fünf weg jetzt könnte ich mal das wäre auch gegangen ganz da bitte vergisst das geht nicht ich bräuchte und wie das geht nicht du brauchst blau ist erledigt ne ich brauche es auch noch mal du musst jetzt das blau mir zurückschicken ja vergisst es man's trapez ans trapez könnte ich das mit b verbinden also komme ich aber auch nicht mehr in mein aus das ist doch eine das muss weg ja das ist auch ungünstig so dass weg scheit das weg scheit jetzt habe ich aber kein b teil mehr so geht blau nicht weg blau nicht weg blau nicht weg weil ich habe kein teil mehr dafür so es ist ungünstig wenn sie jetzt ans trapez schicken könnte ich wäre super mit c ja du brauchst das selber hat es das war doch gerade super ich schickste direkt rüber kommt es aber irgendwo an wo du es zweimal zurückschicken müsstest was doof ist immer alles weg macht einer die dinger verteilt so ein blauen im trapez dann hätte ich meins geschlossen aber du deins nicht nö vergisst es ich glaube dass der aufteiler vielleicht verteilt auch ein der aufteiler wir wir so ganz gut glaube ich schickte mal meinen aufteiler rüber wir haben das mal auf einer seite aufteilen können ja sein wenn das geht so komplexer ist dann wäre das so ist da ja sollte man nehmen brauchst du auch irgendwas weiß es noch nicht das ist problem alles klar du müsstest mir jetzt eben dann das blaue aufteilen ja wohin aber du musst ja auch wieder irgendwie hinkriegen ja stoppt dann kommst du ja nicht mehr ran das ist das ist richtig beim anderen kommst du nicht mehr ins gelbe das ist auch richtig und wenn du den verteilers so hinmach schon am anfang dass er auf fünfeck und kreis geht statt auf oval komm mal jetzt haben wir den da unten da kannst du zum zum dingen schicken zum zum oval wäre gut orange da kann ich es bei mir nicht verbinden ja dann mit dem dreier mit dem dreier verbinder ich schickte den wieder rein haben aber dann haben wir stoppt dann haben wir doch das blaue signal nicht aufgeteilt das muss man auch aufteilen müssen blau und orange jeweils einmal aufteilen das geht es nicht naja das ist ungünstig ihr habt ihr also verteile es wieder im kasten ja wahrscheinlich muss wirklich jeder einplizieren den kann ich dir darüber schicken als viereck so das problem ist auch platziert du brauchst zwei von den dreien brauchst du frei also entweder das kreuz das trapez oder so wahl zwei davon müssen frei bleiben damit du es am blau und orange verbinden blau brauche definitiv am kreuz was anderes geht nicht quasi ja deswegen musst du mir denn wieder zurückschicken ja wahrscheinlich schon was haben wir hier b b b b b b ja gut du kannst auch über so dings verbinden das ist ja da oben kann ich keinen verteiler hin machen wegen orange explodiert ist schlecht macht's kaboom ja warte mal auch den doch wieder dahin aber dreh unten den und machen aufs oval in orange hat er sieht ihr halt so weit so weit zweimal orange so kann ich das ist eingesperrt bei mir jetzt so geht's nicht wenn das direkt abzapft ist doof es kann gut sein dass du mir blau aufteilen muss schon nicht die orange davon gehe ich ja mal fast ausgeht schickst mir orange gescheit rüber da kommt es aber dämlich raus wenn es uns so wahr schickt ja jetzt könnte ich dir das macht es dann mal dann habe ich hier ein b teil habe keine thema und ich habe auch kein verteiler hier sehen da hoch und du schickst man bitte an an den ich habe ein an oval das ist natürlich hier ha und ich bin fertig tito das ding am ausgang war die war die große super strom sehr gut dann marschieren wir da und speichert und es speichert dann marschieren wir nur zur kuppel hin und dann beenden mal die folge aber die maschine da treffen uns jetzt wenn man dann noch irgendwas ausführen damit dann sequenz abgespielt wird und dann die folge wenden da ist er ja komm daher und daher da war da war gerade nicht scheru halten es wackelt und zittert er geht wieder runter das wollte jetzt nicht einmal mit dem bett schon unterwegs dann geht es bergab da jetzt gehen alle ausgänge auf wasser strömt rein und das war es dann happy end geht es jetzt hier ganz verunter als zu füchern das ist da unten kenne ich oder weil er will ich nicht noch mal hin es war nicht so toll geht es ein drei oder vier folgen ziemlich blöd drei dafür folgen im kreis laufen und stand bilder weil ja gar nichts zu gucken es gab einfach nix oh mein gott aber wäre gut wenn die spiel jetzt einmal speichern würde das wäre super der auto safe ist halt der letzte rotzene also auto sei von mir aus aber will trotzdem zusätzlich jederzeit speichern können ja das wäre super ich glaube es geht tiefer runter als du vorhin warst oder bin am grund rum gelaufen wobei die kugel ich ja in der mitte kommen ja wesentlich weiter runter geht zum glück lässt sich auch relativ schnell ja wir laufen ja auch nicht dämlich rum oder ja wir wollten man jetzt die folge schnell noch beenden und hin und hin und alles wollte man nicht und mama scherer steinpapier wie machen das noch mal die t ja machen wir das ist ja muss ja nicht egal was zu langsam sind wir jetzt da ok 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 ich drücke mal noch nichts hier drin ich habe tentakel und kragen ich habe symbole und und ich bewege mich trotzdem obwohl die antworte die fragen richtig und ich habe ein buch ja voll gehst du in mein gott die krake guckt mich an servus ja mit der krake sagen wir nächsten mal